hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video richtig raufkampagne und mein kanal bin ist wohl noch zwei tage bis weihnachten dann ist mittwoch ja ich glaube es kommt hin noch zweimal schlafen dann ist heiligabend auch gibt geschenke kommt der weihnachtsmann ja mal gucken ob ich diesmal gewinne mit meinem team oder wieder voll auf die schnauze kriege ich spiel mal nach langer zeit nun in uni ist die heiße genau ich bin wie nun heißt sich heißt sie so die kleine aus dem anfangs trailer mit dem samurai schwert sorry in den katana habe ich auch schon lange lange nicht mehr gespielt und los geht's ja es gibt leider schon neuen charakter das leider bedeutet in neuen helden agenten die wollte ich gerade nehmen aber jemand war schneller als ich dort noch mal ein sprengsatz sein kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir dann will man das richtige tun und seinen teammate wieder hoch hier da ist dann die blöde ich weiß die namen nicht weiß von dem charakter mit dem ich nicht spiele die namen nicht man also ist die ein mit dem mit die blade da erkennen läuft richtig scheiße gerade also für mein team oder für mich gerade nur okay mein team ist gleich so scheiße hier die mich noch hoch okay ich muss mal aus ich glaube das bringt nichts zu warten nicht da einer kommt obwohl sie wäre glaube ich gerade gekommen ja zettel zu ausgesehen dann okay ich muss nicht mehr anstrengen ist nicht gut hier seid ihr es ist mir verarscht man ich halte über meinen rücken nur hin ja klar nicht schon wieder also meine heutigen aufnahmen ich nehme ja alles am sonntag auf diesen richtig scheiße ich glaube es sind zu viele cheater und und das lektion wieder okay das liegt also nicht an meiner ich weiß nicht woran es liegt das ist auf das lektor company ich weiß nicht schon wieder internet ist jetzt besser ist wirklich besser ich habe jetzt neue wärmeleit passt auf meiner gp und cpu ich dachte dass das ein bisschen bremst weil es zu heiß wird nie aber das sind die werte jetzt besser als gestern es kann entweder daran liegen dass meine cpu zu schwach ist in 2700 x glaube ich nicht aber es kann auch sein dass ihnen wirklich scheißegal ist den spielherstellern wie gut ihre server laufen und ja gut da hinten ich bin auch gerade irgendwie nicht da ich mache alles nur schlecht okay mein erster kill oder zweiter ihr slack zu haben ich habe jetzt auch die vps nicht geachtet aber die wärmetemperaturen die sind gut aber ich kapieren nein 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 ich habe nur eine granate war noch eine von granate oder nee ach kommst du wie gerade am nachal bekommt da inaum um die ecke das gibt es noch nicht ich krieg mal zu dir kumpel doch nicht okay also eigentlich so von kels her ist man ihm gar nicht so schlecht und den bonnier komisch also die vps ging ein bisschen im keller ist ja um links am bild im bild des rand die war bei 50 als das rücken kam aber das ist nur company das ist ja nicht mal hochauflösendes game wir sind alle tot ich habe mal ich hätte zu meinem team laufen können ok scheiße ja ich habe hier nicht die marken von rock company aber sie fühlen sich nicht mehr so stark an kann das sein ich hatte mal stärker geleckt aber bloß nicht erwähnen nachher ist es wieder so man warum haben die gemeint ist ich fand es am anfang cool mit schulterwechsel schon warum nicht mal was in jedem shooter granat werfen ist zum schulterwechsel nämlich bitte wie heil mich es kommt jemand aufzuhalten aufzuhalten danke bleibt am leben dass man nicht damit das ist leider ein bisschen doof ist auch gestorben also rock wie gesagt wo kann bin ich habe es am anfang so gefeiert ich was so gut sowie bei knockout city aber im nachhinein ich weiß es nicht bin ich einfach nur noch scheiße ich entscheide mich mal den weg zu gehen und sterbe nein alter ist doch keiner schöner hinterhalt jetzt ist hier noch jemand habe ich jetzt meine eigene links ausgelöst was ich wollte gerade bücken ich wollte gerade runter und bin tot wir haben mir gefällt die temperatur meiner grafikkarte meiner cpu besser weil die war gestern auch bevor die kleidpaste drauf war er kleidpaste wärmeleitpaste drauf war war die fast 10 15 grad höher ein warst du doch ja doch so 10 15 grad höher und sie hat noch nicht so schnell runter gekühlt die lüfter jetzt macht den knappen minuten dass wir alles schön im standard wert wenn man standard wäre ist aber kühlt aber nur noch ein team haben wir noch drei leute ich bin raus ich glaube dass nicht das wird an lange rum ich nehme es jetzt heute nur lange videos auf das gibt's die oberwortsch locker 20 minuten 19 minuten ich will so ein bisschen was zu karten holt das robo spinne dem muss ich eigentlich den karakter aber er war vor mir dran der war schneller ich habe mir gesucht auf die karte bist du bist du egal wenn gerade habe ich drei runden gemacht weil die erste war so in dem einen kanal guckt dann wisst ihr was da war das war gestern und dann habe ich jetzt das aufgenommen dass wieder eine extrem lange runde ja auf jeden fall er hat auf jeden fall dmr mag ich gar nicht scheiß die rasieren und das gibt's ganz im zeitpunkt der aufnahmen sonntag waren wir 55 abonnenten stark jetzt wollte ich mal erwähnen habe ich hier am montag vergessen mal gucken ob das mit doch immer noch so ist vielleicht mehr 56 minuten stark wäre auch cool um 1 82 voller zum zeitpunkt der auch mal wieder sonntag am vierten hat wort wird sein alter ich habe noch zwei team jetzt alle die richtig noch schaden machen ich glaube die runde gewinnen wir aber das wird natürlich sehr lang naja gut wenn die gewinnen die nächste gewinnt also mein team jetzt sind richtig gut ich bin richtig scheiße naja muss man ja ausgleichen aber wie bewegt sich auch sehr seltsam ok jetzt ist jetzt die vps beim ops stabil die vps doch hier klar ich habe im spiel 88 sie macht sich was heftig finde das ist neuro company also ich habe eine alte 1070 die ist alt aber ich finde die vps mit 90 ums bisschen gering alter nein ich habe jetzt wieder so tief was kann beim start die vps unterziehen ist start ist doch erst recht weniger naja ich habe hier ist wirklich nicht also vps war ihr habt ihr gerade sind wieder bei 65 nur beim flugzeug rausspringen ist das so viel beanspruchung egal ich weiß doch wir machen es weiter ein paar kids machen ich versuche nicht darüber nachzudenken ok da sind die mail dann noch bösewicht egal komm her sein und der ecke bin ich tot egal aber so ruhig ein teammate hoch auch ganz gut und wieder da unten habe ich jetzt die schwert die mir stecken man hatte ich jetzt die ganze zeit ein schwert in mir stecken ich dachte so ist es tödlich bin ich bei rock company ok ich denke mal werden die runde vielleicht auch wieder verlieren ich nehme es mit humor ich habe mich schon bei bank aufgeregt und naja egal 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 äh weiter knopf wieso bewegt sich der schneller als ich ach komm schon da und nein ich bin tot ich gehe mal hier lang okay ach so ein blick man amann jedes game ist anders so kleinigkeiten sind in den games immer anders das ist das bücken das nach vorne gehen ich nehme gerade wieder ich glaube die runde gewinnen wir doch noch recht obwohl sie knapp aus sechs zu fünf tickets über ja mein team hat noch mal richtig gut rausgeholt aber es sei eben genauso aus ok den haben wir die haben den punkt eingenommen ich habe sie doch immer auf der karte gesehen wirken bücken alter kummer leckt aber die vp ist so stabil alter schwede bitte dass jetzt die vp ist im killer erzählte bitte keiner dass ich ja mein rechner lieb erst mit den alten bauteilen okay wir haben jetzt beinahe doch verloren wir haben so gut noch gekillt ich gehe ich mal dahin vielleicht okay ich komme ich komme ich komme wir haben noch okay wir haben ein ticket werden wir schaffen das wir holen den ausgleich falsch wir haben den ausgleich wohl in den ersten nächsten bin ach deswegen tut ich habe schnell genug reagieren ich habe die schritte gehört bevor du tut gesagt hat er hält sich wirklich damit für den zug alter oder alles damit niedermähen kann hat die spinne mich gekillt nee doch nicht guck mir den nennen ich mich scheiße ich dachte wir gewinnen und schon wieder rund leck aber wenn so ein weg kommt aus meinem vp ist im keller jetzt kann ich weiß nicht wir sind ja also ich sagen ich finde es komisch dass diese diese lecken und ist viel unterziehen meiner vp nur bei rock company habe so viel zu stark naja vielleicht letzte runde oder ja er hatte ja noch die gleiche idee wie ich was soll das er hat der hagen noch die gleiche idee ich war du zu langsam ok wieder vp ist bei 32 kommen schon als nein das machen wir noch zu ende hat okay das war es dann musst du sehen ich wünsche einen schönen tag noch besser abend ich bin hier mit raus peace